So, dann kommen wir zum Thema DHCP-Surfer, also Dynamic Cost Configuration Protocol-Surfer. Der macht folgendes, dieser Surfer sorgt dafür, dass alle Clients im Netzwerk unterschiedliche IP-Adressen bekommen. Dann muss ich das nicht händisch selber machen. Also, wenn ich jetzt hier Rechner im Netzwerk aufbaue, dann müsste ich also immer hergehen und sagen, okay, du hast die IP-Adresse 10, 11, 12, je nachdem. Wenn das dann so 200 Rechner sind im Netzwerk, dann habe ich hier entsprechend ganz schön was zu tun. Und ich kann jetzt aber hergehen und sagen, okay, die Einrichtung dieser Clients soll ein DHCP-Server verwenden. Und dann sehe ich hier schon, wie das ausgegraut ist. Ich kann hier gar nichts mehr eintragen. Das mache ich praktisch hier bei allen anderen Clients auch. Und der DHCP-Surfer, der kriegt dieses Häkchen nicht, sondern da sage ich DHCP-Surfer einrichten. Dann geht ein neues Fenster auf. Und jetzt kann ich zum Beispiel eine Ober- und Untergrenze eingeben. Also, wenn ich sage 192, 168, 0 und dann ist die, halt Punkt, dann ist die Untergrenze 100 und dann kann ich die Obergrenze festlegen, 192, 168, 0, 200. Dann wird nur in diesem IP-Adressbereich von diesen 100 möglichen Adressen, werden praktisch nur die entsprechend vergeben. Was ich noch machen könnte, ich könnte auch den DNS-Server gleich mit eintragen. Wenn ich jetzt hier also eingebe, das war vorhin, nehmen wir mal den von Google her, das ist 8.8.8. Dann wird der DNS-Server hier an die Clients auch gleich weitergegeben. Jetzt muss ich noch sagen, DHCP-Surfer aktivieren. Okay. Und im Aktionsmodus, ich gehe mal hier auf eine langsamere Geschwindigkeit, dann kann man vielleicht auch schön sehen, wie der entsprechend arbeitet und die IP-Adressen vergibt. So, dann starten wir mal den Aktionsmodus. Und jetzt sieht man schon, die bekommen hier eine Anfrage zum DHCP-Surfer. Jetzt hat es erst geklappt. Ich weiß nicht, warum man das öfters anstoßen musste. Und wenn ich jetzt hier entsprechend reingehe, sehe ich, also hier haben wir den 100er, hier ist auch der DNS-Server hinterlegt, hier haben wir dann 102, hier haben wir 101. Und es wurde alles automatisch konfiguriert. Okay.